Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um den Retransmission Timer. Was ist das und für was brauche ich den und wie wird er berechnet? So, ich muss ja rausfinden, um wieder zu meinem Congestion Window zurück zu kommen von letztem Video, wann ich das auf 1 wieder zurück setzen muss, sprich wann ich eine Quittung verloren habe. Woher weiß ich, ob ich eine Quittung verloren habe? Vielleicht braucht ihr auch einfach nur ein bisschen länger und wenn sie ein bisschen länger braucht, dann ist sie nicht verloren, dann kommt sie immer noch an. Vielleicht hat sie auch einfach einen schlechteren Weg genommen oder sie hat gerade eine Kaffeepause gemacht oder sowas. Keine Ahnung, könnte alles passieren, außer das mit der Kaffeepause, vielleicht das vermute ich ihr nicht. Das kann bei mir passieren, ich komme gleich wieder. So, da bin ich wieder und zwar, für was brauchen wir unseren Retransmission Timer? Wenn wir auf eine Quittung warten, dann warten wir normalerweise nicht unendlich lange, aber wir müssen ein bisschen warten und zwar sehen wir das an unserem schlecht oder an meinem schlecht gezeichneten Zeitdiagramm. Das heißt, meine Dateneinheit braucht eine Weile, bis sie bei unserem Empfänger ist und braucht wieder eine Weile, bis sie bei uns zurück ist. Das heißt, wir brauchen die sogenannte Round Trip Time oder zu deutsch Ping. Nicht ganz dasselbe, aber fast dasselbe. Wie lange braucht eben eine Dateneinheit von Empfänger bis Sender, äh andersrum, von Sender bis Empfänger bis Sender. Das heißt, einmal hin und her. Ähm, und das muss man irgendwie berechnen, denn ansonsten wissen wir ja nicht, wie lange müssen wir denn auf unsere Quittung hier warten, um davon ausgehen zu können, dass sie weg ist. Ähm, man legt da natürlich noch ein bisschen Offset hinten dran und dann kann man ungefähr davon ausgehen, dass es innerhalb dieses Zeitfensters... Ja, immer wenn ich am Aufnehmen bin, dann kommt sowas. Man kann alles abstellen, Steam ausmachen, Facebook ausmachen, äh, Google Hangouts und alles andere, aber man hat einfach keine Chance, das Telefon auszumachen, denn dann ist das Internet auch weg. Gut, ähm, ja, was ich gerade sagen wollte ist, ähm, wie man diesen, ähm, diesen Timer berechnet. Das heißt, wir wollen erstmal die Round Trip Time oder auch wie lange es braucht von A nach B nach A berechnen und dann noch ein bisschen was draufgeben und das macht man folgendermaßen. Man schickt einfach logischerweise hier beim Slow Start, beziehungsweise auch bei der ersten Einheit, die wir brauchen, wartet man ja auch schon auf die Quittung. Wenn die erste Dateneinheit nicht quittiert wird, dann hat man eigentlich eh schon verloren, dann ist die Verbindung eh für den Arsch und man hat eigentlich mit einer Dateneinheit, kann man das Netz eigentlich auch nicht überlasten. Das heißt, hier oben können wir sofort die Round Trip Time berechnen, das heißt, wie lange brauchst du, bis die Quittung bei mir ist. Einfach mal schätzen sozusagen. Und, äh, dann nimmt man einfach, wie lange braucht diese Zeit von dem Losschicken hier, bis die Quittung bei mir ankommt. Das heißt, hiermit kann ich meine RTT sehr gut schon mal schätzen. Also, mit dem Ding hier. Ich mach das jetzt gerade mal hier oben drüber. Ihr wisst, für was Round Trip Time jetzt steht. So, und jetzt kann ich bei jeder, also es könnte sich natürlich auch immer was ändern, jetzt kann ich bei jeder Quittung, die ich erhalten hab, eine kleine Rechnung durchführen. Und zwar RTT Strich, also die neue Round Trip Time, ist 1 minus, und jetzt hat man da einen Parameter, normalerweise, ich nehm gleich den Standardwert, ist der Parameter 0,125 immer. Ähm, deswegen setze ich den eigentlich direkt einfach mal ein. Und, das machen wir mal, der Round Trip Time davor, Plus, na, komm schon. Plus, ähm, dem, ähm, Plus 0,125, ups, 1,25, das ist derselbe Parameter hier wieder, also das ist derselbe Parameter, wenn ihr hier einfach mal andere Werte ausprobieren wollt. Um das Ganze ein bisschen zu tunen, könnt ihr das auch gerne machen. Ähm, deswegen hab ich hier auch die Rechnung nicht ganz ausgeführt. Plus die neue Round Trip Time, also die neue Messung. Also, ich schreibe jetzt einfach mal hier New RTT hin. Okay, ich weiß, ihr könnt's nicht sehen, keine Sorge. So, ähm, und so kann ich nach jeder Quittung, die eingetroffen ist, einfach mal kurz meine Round Trip Time neu berechnen. Und die wird dann immer akkurater mit der Zeit. Das heißt, ich hab hier vorne noch meine alte Round Trip Time und meine neue Stichprobe sozusagen, die natürlich auch ein bisschen stärker gewichtet werden muss, weil sie ja aktueller ist. Vielleicht wird es, ähm, vielleicht wird es immer ein bisschen besser. Und ja, ich weiß, der Faktor hier vorne ist sehr viel stärker, aber hier können ja auch die Ergebnisse von 100, äh, Proben vorne dran reinkommen und dann ist es insgesamt wieder weniger. Das heißt, mit dem stärker gewichtet meine ich tatsächlich diesen Faktor hier. Für die, die mich gerade für blöd gehalten haben. Okay, ähm, wer mich gerade nicht für blöd gehalten hat, hat, muss auch nicht verstehen, was ich gerade gesagt habe. So, jetzt mein Retransmission Timer. Das ist eine neue Rechnung, Retransmission Timer. Wir brauchen aber die Round Trip Time dafür natürlich. Und zwar, der Retransmission Timer ist einfach ganz festgelegt oder relativ leicht festgelegt. Ähm, wieder mal ein Parameter. Aber da der Parameter normalerweise immer 2 ist, sag ich hier einfach auch mal, es ist 2. Das heißt, 2 mal der Round Trip Time, beziehungsweise der neuesten Round Trip Time. Hier oben, da haben wir sie RTT Strich genannt. RTT Strich war einfach die neuere, RTT war die ältere. Das heißt, hier nehmen wir einfach immer die neueste. Und hier wissen wir dann auch, wie lange sollte mein Retransmission Timer sein. Ähm, das heißt, wir geben ihm einfach die doppelte Chance. Also, einmal hin, zurück, hin und wieder zurück. Also, quasi 4 mal der Weg, das ist dann unser Retransmission Timer. So lange warten wir, bis eine Quittung ankommen kann. Und wenn sie danach nicht angekommen ist, hat sie verloren. Als kleines Beispiel, wenn ich mal gucke und mein Terminal aufmache, dann kann ich hier Google anpingen und es reicht schon. Ähm, wir haben hier 14,4 Millisekunden. Das, so lange hat es gebraucht, ähm, um die Daten von Gule.com, nicht Google.com, weil ich einfach zu blöd zum Schreiben bin. Ähm, lasst euch bitte nicht verwirren von mir. Ich will euch einfach nur auf den Arm nehmen. Nein, ich habe einfach ein G vergessen. Ich habe Gule.com angegeben, statt Google.com. Solltet ihr niemals tun. Ähm, aber ja, wir sehen, zu Google.com geht es ein bisschen schneller. Und zwar brauchen wir hier nur 10 Millisekunden. Das heißt, meine Round Trip Time ist 10 Millisekunden. Und, ähm, ja, das heißt, mein Retransmission Timer wäre 2x10 Millisekunden. Also 20 Millisekunden warte ich auf eine Quittung. Wenn da keine Quittung da ist, dann setze ich mein Congestion Window, was wir letztes Video besprochen haben, wieder auf 1 fix zurück. So, ähm, wer eine andere Rechnung möchte, weil die nicht ganz schwer genug ist, dem darf ich jetzt noch eine weitere Rechnung vorstellen. Und zwar, man gibt noch einen kleinen Sicherheitszuschlag. Also die hier ist völlig in Ordnung, aber manchmal, oder man hat mittlerweile gesagt, okay, wir verbessern das ganze Ding noch ein bisschen. Und man hat gesagt, wir geben noch ein bisschen mehr Sicherheitszuschlag für Schwankungen. Also falls zum Beispiel einfach irgendwas schiefgelaufen ist, ähm, und gerade wirklich krass viele Schwankungen irgendwie sind, dann berechnen wir den Retransmission Timer ein bisschen anders. Und zwar nehmen wir die geschätzte Roundtrip Time einfach und, ähm, rechnen plus 4 mal einen anderen Faktor rein, ähm, auch ganz gerne mit Abweichung bezeichnet. Deswegen nenne ich ihn jetzt hier einfach mal ABW. Und ABW wiederum, Abweichung muss ja auch irgendwie berechnet werden können. Ähm, Faktor hier, diese 4 ist übrigens auch wieder aus Erfahrungswerten bestimmt. Es ist nicht ganz so mathematisch, wie man sich das leider vorstellen könnte und hoffen könnte. Aber 4 hat sich halt da bewährt. Ihr könnt auch gerne mal andere Werte ausprobieren, welcher da am besten ist. Ihr könnt auch von mir aus ein neuronales Netz trainieren, welcher davon am besten ist. Ähm, das bleibt euch überlassen. Könnte man eigentlich tatsächlich mal machen. Mann, ich komme auf gute Ideen, wenn ich Videos aufnehme. Super heute. Okay, ähm, ja, genau. Wie berechne ich die Abweichung? Und zwar, hier habe ich wieder 9 Parameter. 1 minus 0,25. Ja, 0,25. Ja, ich weiß, dass das 0,75 ist, aber der Parameter kommt gleich nochmal. Ähm, deswegen lasse ich ihn da so stehen, damit er auch wirklich schön, äh, sichtbar ist. Plus die alte Abweichung, die wir davor hatten. Also, das heißt, ich kann jedes Mal, quasi wie meine Roundtrip-Time hier oben, kann ich die jedes Mal neu berechnen, wenn ich eine neue Roundtrip-Time bekomme. Ähm, und zwar plus 0,25 mal. So, jetzt kommt der Betrag. Ähm, Betrag schreibt sich in der Mathematik mit diesen senkrechten Strichen. Betrag heißt, wenn was negativ ist, wird's positiv. Wenn was positiv ist, bleibt's positiv. Das heißt, es macht einfach das Vorzeichen quasi weg. Ähm, und zwar der Abstand sozusagen, ähm, der Betrag ist auch gleichzeitig in etwa der Abstand. Von der alten Roundtrip-Time, also RTT, minus der neuen RTT, also New RTT. Quasi die von meiner Stichprobe. Und das ist meine davor berechnete. Was jetzt hier passiert ist, wenn die alte größer ist als die neue, dann ist das Ding positiv. Wenn aber die neue hier größer ist als die alte, dann wird das Ganze negativ. Und ich brauche meine Betragsstriche, damit ich wieder was Positives bekomme. Ich will sozusagen einfach nur, ähm, das größere minus das kleinere. Und das mache ich durch die Betragsstriche hier. Dadurch berechne ich sozusagen meine Abweichung. Das heißt, wie gestresst ist gerade mein Netz. Und, ähm, ja, damit kann ich dann meinen Retransmission-Timer auch für extrem gestresste Netze ausrechnen. Äh, das sind sozusagen die beiden Varianten, wie ihr euren Retransmission-Timer, also den Timer, wie lange ich auf eine Quittung warten sollte, berechnen könnt. Ähm, welchen davon ihr benutzt oder ob ihr vielleicht die Parameter noch ein bisschen tunet, das bleibt euch überlassen. Das war's von meiner Seite und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag noch und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.